Guten Tag, meine Tschechische Kenntnisse sind leider nicht sehr gut. Ich bin froh, dass ich hier überhaupt sprechen kann. Wer sind Sie noch einmal? Kamina. Eliaschka. Was wollen Sie von mir? Ich bin mit Ihnen im Zug. Kommen Sie zu mir weiter. Ich bin froh, dass Sie mit Ihnen sprechen können. Ich bin froh, dass Sie mit Ihnen sprechen können. Ich bin froh, dass Sie mit Ihnen sprechen können. Schwester, keine Ahnung. Wie gesagt, mit Leuten habe ich fast nichts zu tun. Was mich interessiert, das ist meine Forschung. Das ist was, was mich interessiert, was für mich wichtig ist. Also, sind Sie interessiert an dem, was ich mache? Oder, falls nicht, dann können Sie gleich wieder gehen. Ja, aber dann würde ich mir sagen, mal zu der Warte. Ah, es interessiert Sie. Das ist gut, das freut mich. Wissen Sie, Menschen bemühen sich schon seit Längerem das Perfekte zu erschaffen. Wissen Sie, das Perfekte, das Komplette. Und ich habe es versucht, ich habe es durch Eugenik versucht, durch Menschenkreuzen. Das haben schon meine Vorfahren versucht. Das hat aber nicht funktioniert. Das ging nicht. Dann kam die Genetik. Dachte ich, ja, kein Problem. Ich schreibe mir einfach, was ich brauche. Klonen. Hat auch nicht funktioniert. Etwas hat immer gefehlt. Aber, ich habe mich angefangen, mit dem Okkulten zu befassen. Und habe gefunden, dass man eine perfekte Seele erschaffen muss, damit auch der Körper perfekt ist. Und, wisst ihr, ich hatte Glück. Ich hatte so ein Glück. Gerade kamen Kunden vorbei, die genau das von mir wollten. Und das ist das, was ich mache. Also, sie haben bekommen, was sie wollten. Aber, es hat funktioniert. Aber, wie versucht man sich das získatt, dokonal in der душi, skrzes den typen vieskunde Tjala? Die Idee dahinter ist, dass im Körper gibt es vier Flüssigkeiten. Und die muss man ins Gleichgewicht bringen. Man braucht natürlich Organe dafür. Und aus denen, wenn man das richtig macht, kann man diese Fluidität herausnehmen und die dann richtig abmischen. Ich war erfolgreich. Das ist zum Beispiel eines meiner Werke hier. Einfach richtig balancieren. Und es funktioniert. Wie gesagt, man braucht gar nicht dafür. Aber, wie gesagt, ich habe Kunden. Das ist das, was ich erschaffen habe. Die perfekte Seele. Das ist das. Das ist das. Wie gesagt, ich habe zwar viele Klienten. Aber ich hätte noch was. Falls. Alles, was sie machen müssen, ist mir auch gerne liefern. Frisch. Gut. Ja, natürlich. Ach so. Ach so. Und das ist der Grund, warum Sie Ihre Autonomistik überrascht haben. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Also ich, ja, ich habe meinen Klienten ein Fahrzeug geliehen, weil sie gemeint haben, sie brauchen es. Aber mich interessiert sowas nicht. Sie liefern die Organe, ich arbeite. Das ist alles. Ich komme hier ja kaum raus. Es ist gut. Ihnen helfen? Was genau wollen Sie denn? Am 27. Das waren, waren das nicht diese Leute, die auch was mit dir zu tun hatten? Die dich bestellt haben? Das kann schon sein. Ja, ich habe, ich habe, aber ich kann Ihnen ja nicht einfach meine Klienten einfach so verraten. Sie liefern frische Organe, richtig gutes Material. Kann ich nicht. Einfach so. Aber wissen Sie, was ich bräuchte? Ich... Oder mir nehmusete, seitdem zu tun. Acht post je. Schade. Ich brauche nämlich noch ein Stück Gehirn. Wieso? Nein? Das ist interessant. Aber Sie haben recht. Es ist nicht gut genug. Wissen Sie, das Einzige, was ich habe, das Einzige, was meine Klienten mir meistens geben, ist eine Telefonnummer. Also ich kann ihnen nicht viel weiterhemden. Ich könnte ihnen die Nummer geben, aber das ist auch schon alles. Wie gesagt, mich interessieren die Menschen nicht. Wie gesagt, dass Sie die Nummer, die Sie genannt haben, ist das Einzige Nummer, die Sie benutzen? Ja, boheužel, das nicht nur noch nicht. Aber das ist nicht. Moment. Ich kann mich nicht um die Nummer. Ja. Ja. Ich kann meine Herrschung. Ich kann meine Herrschung. E!". Um die Herrschung. Ja, ich kann meine Herrschung. Was haben Sie denn noch dabei? Danke, was sind diese kleinen kleinen Karten hier? Lassen Sie es sehen. Ja, mit Ihren Erinnerungsverlusten kann ich mir leider nicht behindert sein, also mit so etwas befasst sich nicht. Also wenn etwas nicht perfekt ist von Anfang an, dann hat das ja keine Chance mehr. Hast du etwas gefunden? Ich habe hier kurz gearbeitet, aber sie ist lange nicht mehr gesehen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Und da habe ich auch die sehr... Ja, sie war einer meiner Klientinnen, aber irgendwie verschwand sie dann wieder. Also wie gesagt, mich interessieren Menschen nicht. Was mich interessiert ist, was ich mache. Solange ich die Organe kriege, bin ich zufrieden. Das, woran ich am liebsten arbeite. Seele. Schaffung der perfekten Seele. Ich habe es dann geschafft, aber nicht für Sie. Eben für den zweiten Klienten. Aber für den habe ich halt nur die Telefone verkauft. Die habe ich doch so hoch und hoch. Das hier ist meine beste Schaffung. Also der erste 01, der ging nicht so gut, aber das hier ist die 012. Fast zur Perfektion. Fast zur Perfektion. Ja, der kann gefährlich werden. Also... Die müssen wir nicht anfangen. Es ist immer eine Zeit für knapp. Also, wenn ich Ihnen nicht helfen kann... Wie gesagt, alles was ich Ihnen geben kann, ist die Telefonnummer meiner letzten Klienten. Aber das war es auch schon. Na, war die C. Nein, für die habe ich keinen Kontakt mehr. Alles was ich habe, ist diese Telefonnummer. Das ist alles. Reines genetisches Material. Das ist alles. Alles was ich für mich. Ich habe die Leute, die Leute, die Leute, die Leute zuividen. Die Leute und sieben können. Oh nein, ich habe die Däute. Ähnliche Geräte. Das ist alle. Ich habe sie zu ihr. Also, ich habe es die Leute zu ihr. Ich habe sie zu ihr. Das ist etwas verknotet, aber... Aber Sie sind fertig, also kann ich Ihnen nicht anders helfen. Ich glaube, dass Sie mir sehr viel zu helfen haben. Wo ist das Papier? Ja. Ja. Also wenn Sie hier sind, um meine Forschung irgendwie nach außen zu bringen... Ja. 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 Genau. Ja. 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 Ja.